und damit herzlich willkommen wieder zurück zur nächsten folge mit flash dem einsamen ödendler beziehungsweise nick ist natürlich unser vinsus vista ist natürlich auch dabei so wir waren jetzt beim krater des atoms und suchen jetzt zu watchl hatten in der vorigen folge sehr sehr viel stress mit einer einzigen todeskralle und haben es dann auch irgendwie gepackt mit der bruderschaft und bis hin dass sie die todeskralle da ein bisschen immer zurückgedrängt worden ist war es sehr gut so ich bin jetzt in dem bildschirm weil unser wet immer weiter ansteigt und die hat doch gesehen jetzt noch ein red away und so weiter rein kloppen und wir suchen jetzt wird muss überall hin verbreitet werden ja okay wir können hier noch stehlen und sowas müssen jetzt gegen wieder oben hin anscheinend vermute ich mal ich frage mich nur wie wieder am besten hinkommen also das hat viel mehr von fallout da legendäre alpha toteskrölle alles klar tschau zwei von den jeder überlebt der kampf danke das nirgen wir so hilfsmittel so auf geht's nach virtual da oben die todeskralle werde ich definitiv nicht hier angreifen ohne keinen strahlenanzug oder auswesung wird das eh nichts auch wenn das ding nur ein level über uns ist kann das schon echt nervig werden insbesondere hier so virtual bist du nein das wollte ich nicht bitte geht bitte geht bleib bitte da ich möchte einfach nicht ich möchte einfach da in die höhle kommen 90 meter bei euch ich find's geil aber so was schade dass man nichts sehen kann aber ich finde das das hat fallout das ist fallout dieses süßere uns nackt überleben wer auch immer diesem ort seinen namen gegeben hat wusste wohl nicht genau was mehr bedeutet doch die wussten ganz genau was sie meinen nick das ist nicht deren ernst das ist ein echt angepisster dino bist du sicher dass der angepisst ist ich glaube nicht nicht das wird unser dino da unten die füße gebrochen die füße gebrochen ba ja deswegen die die fette ist das noch schön sein war schön ins gesicht damit das kalle vors haus setzen vorher dann zusätzlich geschossen hat doppel schlussig abgewertet nice das ding habe ich schon immer gesucht so ein teil brauchen immer und zwei stimpaks die torskralle ging noch ich hatte gott zeit noch eine mini atombombe da draußen ist was da draußen ist was was war das war das richtig dass wir ihn angegriffen haben ich glaube nicht ich lade nochmal neu ich will jetzt nicht hoffen dass wir den töten müssen ja wo goes there Halt. Ganz langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na? Will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablängst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Bist du Virgil? Du weißt genau, dass ich das bin. Was willst du hier? Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Wobei... Und wie hast du mich überhaupt gefunden? Kannst du mir jetzt etwas über das Institut erzählen, oder nicht? Das Institut? Also haben sie dich geschickt, nicht wahr? Nein. Du arbeitest mit Kellogg zusammen. Kellogg ist keine Gefahr mehr. Er ist tot? Ja. Er ist tot. Ob du es nun glaubst oder nicht. Das ist zweifellos schwer zu glauben. Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du... Du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Ich weiß, dass du ein Teil davon warst und geflohen bist. Dann sollte dich Kellogg töten. Woher zur Hölle? Weißt du das denn? Nein. Das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Ich brauche alle Informationen. Alles, was mir helfen kann, in das Institut zu kommen. Entschuldige. Wie bitte? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle drauf gehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Ich suche nach meinem Sohn. Das Institut hat ihn entführt. Oh, oh nein. Ich hatte ja keine Ahnung. Tut mir leid. Ja, das Institut hat früher schon Leute aus dem Commonwealth entführt. Wenn es auch deinen Sohn erwischt hat, dann verstehe ich, warum du dorthin willst. Ich kann dich da reinbringen, aber nicht ohne Gegenleistung. Was willst du von mir? Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das meinen Zustand heilen sollte. Ich konnte es nicht mitnehmen. Es ist noch in meinem Labor und... Schau mich an. Ich brauche es. Wenn du es ins Institut schaffst, musst du es für mich suchen. Was meinst du? Du hilfst mir. Ich helfe dir. In Ordnung. In Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Süns das Institut betreten und verlassen? Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele. Das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an. Ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Ein Runner? Was ist das? Noch ein Geheimnis des Instituts. Runner sind Süns des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Warum muss ich einen töten? Weil du ins Institut willst. Schon vergessen? Sie sind deine Eintrittskarte. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Was muss ich tun? Hör zu. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen, direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein. Und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht drauf gehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Ich hoffe es auch. Was ist das denn für ein Gestank? Der Dier, hallo, der Junge muss doch irgendwo in die Hütte machen. Nett. So viel Wissen ging verloren, als die Bomben fielen. Schön, dass jemand versucht, es zurückzuholen. Ich schütze und diene. Du schützt und dienst? Okay. Um uns jetzt nicht mehr da durchzuschicken, werde ich mich da hinbegeben. Den Ort kenne ich nicht, aber die US-Army. Du kannst von diesem Ort nicht schnell reisen, okay. Sache, Virtual. Ich dachte, es wäre schwerer, mit dem zu reden. Aber scheint nicht so zu sein. Das heißt, unser nächstes Ziel ist ein Wanner. Und den Wanner werden wir uns kassieren. Und zwar geht es so am einfachsten. Ich würde gerne eigentlich nur noch die Waffe verbessern. Haben wir denn da irgendwo einen in der Nähe? Äh... ...zinnalerweise bestimmt... Ja. Ich hasse diese ganzen Lada-Screens. Aber es bleibt uns übel. Ich wollte nicht mehr durch das ganze Meer wieder durchjagen. Hatte uns ja gerade schon ein bisschen Spaß beinhaltet. Wie viel von dir gesammelt hat, ist das genau? Okay. 67 Meter. Da das... Okay. Wenn wir uns mal drum kümmern. Hm. Was geht ab? Bananen-Kopf. Willst du wen? So. Und hier muss ich das Wanner-Signal einstellen. 10 Prozent. 41. 47. Meine Schicht war lang, aber ich freue mich, dass wir hier draußen etwas erreichen können. Komm, Bruderschaftsfreund. Ja, wenn es nicht anders geht. Ah, ah. Oh, Alter. Ich glaube, wir sind nicht allein. Da! So, bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Oh, reduziert. Das ist natürlich auch nice. Oh. 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 Oh, ich bin nicht. Oh. 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 Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Oh, das war wohl der letzte. Oh, doch. Oh. Wir sind supervielbast. Dann können wir nicht weit sein. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Da draußen ist was. Wir sind wohl nicht allein. Ich bin. Ich bin. Irgendwann wirst du nachladen müssen. Oh, lecker. Scheiße, ich hab sie verloren. Da oben drinne. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Töte den Wanner. Okay. Er wird rasant schnell sein. Das. Oder er wird unsichtbar sein. Na, wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Der Runner ist im ersten Stock. Sofort drücken. Schicke Verstärkung in die Lobby, falls ich da noch mehr herumzeigen. Was ist da unten los? Wie viele sind da? Ich weiß, das nervt das Signal. Ich glaube, ich lasse das mal lieber noch an. Auch wenn es nervt. Mich nervts auch. Ich muss mal Sound draus machen. Simpax. Hm. Okay. Ciao. Boah, ich mach das jetzt aus. Komm schon, Arschloch. Komm, du doch. Schlechte Idee. Was zum? Durchladen! Tschau, Jungs. Tschau, Jungs. Was hast du noch so drauf? Jeder überlebte Kampf. Der Runner ist jetzt im zweiten Stock. Zweiter Einringling im Ostflügel beim Hof gesichtet. Denn. größtens dahinten weiter was war das ein legendärer Gunner, das war das ein paar Granaten auf Lager ist von Sinpack noch ein Klamm ja hab ich, ich hab noch ein oh, nett, nett für Hose okay, es ging, Tiere Treppenhäuser und Gänge verweichert ihr was noch nicht geschehen die Luft ist rein, schau jetzt können wir ein Gitar so hinpacken Schlagringe, Machete äh, Doppelschuss, äh keine Ahnung, gleich auf den Alien Blaster hier und Maestro da sind sie wieder die spur verloren mann ich hoffe auf dich ist dein kopfgeld ausgesetzt kommen wir denn jetzt hier und da durch alle ein bisschen zu und das ist nicht was angst spritermin ok er hat auch seine arbeit geleistet künstlich die grafik das machen soll das war das ok ich wollte noch ins gesicht boxen ich wollte das geräusch haben ich will das röscher für euch um nicht dass das eine option wäre es gibt ein geiles geräusch wenn man das Ding gut ausführt um das so würdig können einmal schaffen habt ihr es gehört den hauern den werden wir jetzt wieder meinst du du denk jetzt endgültig weg was ist nick gut gemacht zur ausgangsposition zurück der runner nähert sich dem aufzug ich bin doch gleich auch da der runner ist oben der vier schade erhöht die prozession aber auch die ok das ist klar laser moschete habe ich auch noch nicht mehr gehabt schon lange nicht mehr der runner jagt das mädchen alle sofort nach ganz oben das ist dein befehl was will er lauf nick ach mein gott ist mir hier ne da draußen ist was das war ein gunner verbesserte schloss da können wir glaube ich drum gehen shit liegt auf jeden fall in der nähe jawoll nice wie schön terminal für einsteiger das sollte ich auf jeden fall hinkriegen ich habe gar keinen hey wie ist los da nein da komm einfach so machen wir noch ja da komm mal so rein deaktivieren safe steuerung deaktivieren da da draht scheinbar versteuerung ok hier drüben sieht noch aus wie beim letzten mal dass sie eine inspektion bekam nick du warst sie noch nicht mal drin oder werden natürlich lustig nicht mehr auf die nerven komm schon komm schon arschloch ist wieder noch so ein teil ne kein begriff ne wer ist er ist keine ahnung ah da ist er weiter feuer willkommen zu deinem leckten gefäng tschau komm wir geben ihm einen keks 13 hoch anfangen massenweise glaskar es geschah dass keine glasscheiben gibt für das spiel wie gesagt auch Fenster allgemein finde ich dann ein bisschen schade aber wie ist denn der runner durchgekommen der runner hätte die teils sein, müssten wir nicht sagen auf den aufzug abpassen entweder wären die tot gewesen oder der runner, keine ahnung es wird mit da kann ein linkesat Arizona den Teleporter. Zwei Scheinwerfer. Einer. Zweiter. Das erkläre ich sicher nicht. Psst. Hast du was auf dem Herzen? Kannst du das Terminal entsparren? Guter Plan. Es wäre einfacher, wenn du es machen könntest. Diese Jungs haben kein Quatsch gemacht. Aber jetzt versuche ich mal... Das auch nicht. Nein. Na schön. Versuchen wir es eben auf andere Weise. Verflixt. Zu gut gesichert. Na egal. Dann... Alt Mutschert durch die Tür. Über die Treppe. Knick, knack, knick, knick, knack. Irgendwo hier. Ah. Das wäre es. Das wäre es. mit einem Dirigenten mit dem Orchester zu sehen. Ach, das... Nick, das kannst du auch. Das sind einfach nur ein paar... Einfach die Haarklammer da rein. Und einfach drehen, drehen, drehen. Bitte, dass die klappt. Hallo? Ich glaube dir nicht. Oh Gott. Bitte, nein. Dann bitte. Das musst du... Cool. Der Metzl ziehe oben alles schon mal um. Irgendwas, was man bestimmt gebrauchen kann. Kann ich hier auch nochmal ran? Ich schwänz. Dankeschön. Hat Nick schon wieder gefallen. Ja, ist doch gut. Wenn das Nick noch gefällt, wenn ich das alles mache. Schrotflindenpatron. Okay. Wenn ich das später so möchte. Okay. Okay. Dann nehmen wir natürlich Schrottflinden. So, ist mein... Mein freundlicher Junge hier. Abrax-Rattengift? Wie komme ich denn da hin? Da drüber? Ah. Kronkrocken parat. Kann man immer gebrauchen. Ich weiß nicht, wie viele Kronkrocken haben wir denn eigentlich. 2221. Komm her! Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass die so ein... ...wat so stark ist. Du hast echt Eier. Naja. Hatest Eier. Was hältst du eigentlich von... ...ner Moskete? Nicht. Ich... ...mhm... 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 Oh, der hat mich aber... ...getroffen, der Freund. ...mhm... 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 ...sonst Molotow habe ich nicht mehr. ...mhm... 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 ...lohnt sich nicht. Brauche ich nicht mehr die ganzen... ...mhm... ...nein... ...sie vollautomatisch. Ich... ...laserpistole... ...schrotze... ...Herkgewehr... ...mhm... ...und Hilfsmittel. ...und Hilfsmittel. ...laufen sollen! Oh! Friss! Oh! Nimm das! Ungeschützter Korb! Ungeschützter Korb! Ah, zehnprozentige Chance, dass er entwaffnet wird, stimmt. Wirst du denn, dass das läuft? Robben. Ungeschützter Korb., mein Freund. Oh, ich hab noch eine Überraschung von dich. Z2. Oh, zieh doch. Alter. Wow. Kommt doch rein. Scheiße. Du musst das nicht tun. Hier fang. Nice. Hilfe! Nee, ich brauch jetzt erstmal den Chip davon. Was hat er für... Nehmen wir doch gerne. One Art Chip. Er... Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komm nicht raus. Nicht allein. Ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Entspann dich, Lady. Es wird alles gut. Ich hab wohl keine andere Wahl. Oder? Die Wache hat das Passwort in einem Werkzeugkasten dort unter der Treppe versteckt. Damit hast du Zugang zum Terminal und kannst die Tür öffnen. Okay. Wenn du mich umbringen willst. Nur zu. Er öffnet. Im Werkzeugkasten unter der Treppe. Ja, ist ja gut. Da. Die Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Aufzug einschalten, Sicherheit, Tür öffnen, fertig. Wer bist du? Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth. Falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken. Aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt. Aber dann haben mich diese... Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst. Nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Hallo. Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Ach so. Hi. Lass mich in Ruhe. Wenn du mich umbringen willst. Nur zu. Ja. Wenn ich es nicht tue. Ich könnte es so einfach haben mit euch. Was tue ich denn? Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Ist ja gut. Dann gehen wir halt wieder. Komm Nick. Ja und ab. Die wollen unsere Hilfe nicht mehr. Und wir haben eigentlich einen Wanner. Ich frage mich ob man... Der schreckt mich jedes Mal. Mit seinem Gesicht. Ich frage mich ob wir mit dem Wanner. Signal. Ja nicht nur den Wanner finden können. Sondern vielleicht auch mehrere. Ist echt geil. Ob wir die ganze Wanner ausschalten. Hm. Da müssen wir denn lang. Ein herrlicher Art. Ach da müssen wir lang. Koppel. Hui. Hup. Nein. Den Gunner-Körper. Hätten wir töten können. Aber. Er war ja da. Er hat eh ja nichts getan. So. Wo führt uns das Ziel jetzt hin noch? Erstmal ins Level ab. Ja wumm. Das ist die Sprengstoffe und Sachen. Das ist natürlich nice. Aber ich würde gerne auf den. Auf die Ausdauer gehen. Das haben wir ja schon. Du kannst wieder Wasser. Warte mal. Das ist ja natürlich. Okay. Warte mal. Das ist natürlich geil. Level 48. Also da habe ich Bock drauf. Das heißt wir werden hier noch paar. Bündel. Bündel. Bündchen. Reindrücken. So. Wo ist unser Ziel? Warte. Ach gut. Neighbor. Stimmt. Molekularstufe. Da haben wir auf jeden Fall was für die nächste Folge. die gleich auch noch anbricht. Muss euch leider gleich traurigen Herzen. Entabschied nehmen. Und mit nächstem Anblick würde ich sagen. Ich hoffe es hat euch wieder gefallen. Danke fürs Einschalten. Und bis dahin. euer Flashtrapee. Und bleibt immer sauberm Mütland. Warte mal im Grunde. Ofern